Hallo, mein Name ist Kamel und heute Abend zeige ich Ihnen, wie man das beste Pfandkuchen macht. Zuerst braucht man eine Küche, wie diese Küche. Danach braucht man den folgenden Zutaten. Zuerst 2 Eier, 2 Tassen Mehl, 2 Löffel Zucker, Braunzucker, Vanillenzucker dazu, 2 Löffel Olivenöl, Milch nach Gefühl und ein bisschen von der Schale einer Zitrone abreiben. Alle diese Zutaten muss man nacheinander in eine Schale mit einem Schneebessel mischen. Am Ende muss der Teig für die Pfandkuchen so aussehen. Nicht zu dünn, nicht zu dick, ganz gut für die Pfandkuchen. Endlich machen wir den ersten Pfandkuchen und ich habe ein bisschen Öl in die Pfanne und es geht so. Der erste Pfandkuchen ist jetzt fertig und ich habe schon den ersten Pfandkuchen-Tester gefunden. Mhhmmmmmm! Mhhmmmm! Foodporat! Bon Appetit! Vielen Dank.